17bars.tv, rapdowngrade.de. Ich bin giftig, heute im Interview mit Ben Krettet als der Glutamator. Hallo. Ja, also gleich vorweg die meistgestellten Fanfragen. Was isst du da gerade? Ja, das Baby-Bieber-Chili in Reh-Augen-Chili mit ein paar klein gehackten Katzentatzen. Ganz lecker. Ah ja, und das lässt du dir jetzt wohlschmecken hier, oder was? Ja. Ja, okay, krass. Also, obwohl dich ja keiner kennt, du bist ja angeblich Produzent und Rapper, genau. Ja, ist richtig. Entschuldigung. Ich bin der langsamste Rapper Deutschlands. Ich rappe auf den schlechtesten und unbekanntesten Beats. Und das kann jeder überprüfen. Am 13.02.2015 kommt mein neues Album raus. Gift rein, Gift raus. Ja, stupidozid.com. Jeder merkt. Ja, die Zeit ist jetzt schon fortgeschritten. Deswegen, zweiter Teil, gibt es mehr Informationen. Bis dann.